Wer ist diese Sorge berechtigt? Meine heutige Gästin ist Hausärztin und Vizepräsidentin der Fachgesellschaft für Allgemeinmedizin. Schönen guten Abend, Frau Dr. Ravadi. Guten Abend. Bleiben wir gleich dabei. Die Regierung rortet also eine gewisse Impfmüdigkeit schon und warnt vor der vierten Welle. Beobachten Sie das auch bei Ihnen in der Praxis? Kommen weniger zum Impfen? Ich denke, dass die, die sehr bereitwillig sich impfen haben lassen, also denen die Entscheidung leicht gefallen ist, die sind geimpft oder haben zumindest jetzt einmal die Impftermine. Und wir haben schon die Sorge, dass jetzt sozusagen die, die übrig bleiben, schwächer motiviert sind, sich impfen zu lassen, vorsichtiger sind, oft das Bedürfnis haben, noch ein bisschen zu warten. Ich weiß nicht genau, worauf. Aber ich glaube, da ist einiges an Motivationsarbeit wirklich notwendig. Dass die Warnung von der Vierten Welle sagen, sie ist dann berechtigt. Jetzt hat die Regierung groß gelockert am 1. Juli. Es kann wieder gefeiert werden. Die Masken sind mehr oder weniger gefallen. Festivals, Konzerte sind möglich. Und heute, Woche später, warnt dieselbe Regierung von der Vierten Welle. Kommen zu Ihnen, Patientinnen und Patienten, die sagen, ich kenne mich nicht mehr aus? Ja. Oh ja. Die Leute sind verunsichert. Allerdings schon liegt die Verunsicherung zum guten Teil einfach in dieser ungewissen und unsicheren Situation. Wir leiden ja alle daran, dass wir weit weniger wissen, als wir gerne wissen würden, um wirklich vernünftig entscheiden oder sozusagen konsistent entscheiden zu können. Erkenntnisse ändern sich. Die Dynamik der Infektion ändert sich. Und man muss halt schon immer wieder von Neuem drauf reagieren können. Ändert sich Ihre Ratschläge an die Patienten? Teils ja, teils nein. Also die Basisratschläge, und das ist dann ganz einfach, stecken Sie sich bitte nicht an. Ja, und das geht einfach, sich nicht anzustecken, eigentlich. Die bleiben natürlich gleich, also die Wesentlichen. Und was ändert sich? Ändern tut sich vielleicht sozusagen das Ausmaß des Schutzes oder der Umgang mit anderen Geimpften oder der Umgang mit Angehörigen in einer Situation, wo alle geimpft sind. Also solche Dinge ändern sich. Großes Thema im Moment. Da kennen sich auch viele nicht aus. Die einen sagen so, die anderen so, nämlich auch die Experten, Expertinnen, diese Kreuzimpfungen. Für die einen ist das in Ordnung, die anderen warnen noch davor. Wenn wer zu Ihnen kommt und sagt, ich will den zweiten Stich mit einem anderen Impfstoff. Viele wollen jetzt wechseln von AstraZeneca zu BioNTech. Was machen Sie? Ich frage Ihnen als erstes, warum? Es ist so, dass wir immer noch nicht wahnsinnig viel wissen über diese sogenannte Heterologe- oder Kreuzimpfung. Die Erfahrungen sind halt noch relativ gering. Natürlich kann man es machen. Wir wissen, dass es im Prinzip gute Antikörpertiter gibt, aber die sind bei der Homologen auch ziemlich gut. Wir wissen noch nicht genau, was es wirklich bedeutet. Wir wissen, dass die Rate an Impfreaktionen höher ist und die Impfreaktionen auch unangenehmer sind als bei der Homologen-Impfung. Und damit ist es dann eigentlich schon ziemlich am Ende. Das heißt, dass im Moment die Empfehlung meines Erachtens auch sinnvollerweise lautet, wenn es einen wirklich guten Grund gibt zum Wechsel vom Impfstoff, das wäre natürlich eine Allergie, das ist eh klar, oder eine sehr heftige Impfreaktion auf den bereits erhaltenen Impfstoff, dann wird man versuchen, das in die Wege zu leiten. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich möchte den Zweiten auf jeden Fall einen anderen, sonst mache ich den Zweiten gar nicht, was tun Sie dann? Na, dann reden wir mal. Nein, das ist wirklich eine Frage der Aufklärung und eben des Herausfindens, warum die Person das gerne möchte. Es ist ja oft, ist es medial vermittelt. Das kann man immer wieder auch aufklären. Ja, es ist manchmal so, halt, die stark reagiert haben auf eine Astra-Impfung und jetzt die Pfizer möchten, dann muss man halt erklären, dass die zweite Pfizer schon deutliche Nebenwirkungen, also deutliche Impfreaktionen verursacht und die zweite Astra-Impfung aber sehr viel weniger. Ja, also es geht oft einfach darum, zu erklären, wie die Dinge wirklich sind. Die meisten Menschen hören zu. Also zumindest die, die wirklich zum Arzt kommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Miss- und Studie. Danke.